Nachrichten auf Jotaphones hinteren Display Jotaphone gestattet es Ihnen, die Kontakte auszuwählen, deren Nachrichten Sie auf dem hinteren Display anzeigen lassen wollen. Wählen Sie hierfür Einstellungen, Hinteres Display und dann Privatsphärenmodi. Um Nachrichten aller Kontakte zu empfangen, wählen Sie Offen als Modus. Wenn Sie unerwünschte Kontakte haben, wählen Sie Alle außer Gewählte als Modus. Um nur von den gewählten Kontakten Nachrichten zu erhalten. Wenn Sie gar keine Nachrichten auf dem hinteren Display möchten, wählen Sie Geschlossen als Modus. In diesem Menü können Sie die Anzeige von Nachrichten auf dem hinteren Display steuern. Wenn Sie eine Nachricht auf dem hinteren Display erhalten, können Sie das Jotaphone herumdrehen. Dort erwartet Sie bereits das Antwortfenster auf dem Hauptdisplay. Mit dem Jotaphone werden Sie niemals etwas Wichtiges verpassen. ... ... ...